Hi, hier mal ein kleines Video zu Crypto-Coins und die Macht der Marktmanipulation. In letzter Zeit fällt auf, dass öfters bei Coins manipuliert wird. Deswegen ist vielleicht auch eine Regulation des Coin-Markts keine so schlechte Option. Das wird das Ganze etwas sicherer machen. Man sieht zum Beispiel bestimmte Eigenschaften bei Aktienkursen und die laufen eigentlich ähnlich ab. Die Märkte sind ähnlich, die Software ist ähnlich, die Charts sind ähnlich. Da laufen bestimmte Kleinigkeiten nicht. Es wird zum Beispiel niemand hingehen, eine VW-Aktie, die sagen wir mal 120 Euro wert ist, plötzlich für 3 Euro verkaufen wollen oder für 4, obwohl sie einfach auf 120 steht. Das passiert bei Crypto-Coins häufig. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Wenn man sich jetzt mal den Idioter zum Beispiel anguckt. Ich nenne jetzt Idioter halt, weil die Leute sich so weit runter bieten, selber halt, dass sie den Markt für sich selber auch damit kaputt machen könnten. Denn es könnte sein, dass es hier wirklich zu einem Crash kommt. Und dann hätte man auch die eigenen Coins, die mal einsetzen und den Markt zu drücken, halt damit natürlich versemmelt. Da sieht man zum Beispiel halt hier bei dem Idioter, wie weit es jetzt hier extrem runter geht. Er ist immer noch in einem aufsteigenden Markt. Also etwas höhere Tiefs bisher, etwas höhere Hochs. Eigentlich gute Anzeigen, wenn man sich hier die Charts weiterhin ansieht. Dann sieht man hier, ich gehe mal auf den Stundenchart, der reicht dafür eigentlich aus. Der RSI ist unten angeschlagen, schon längere Zeit eigentlich. Eigentlich ein Zeichner, für das geht es wieder bergauf geht etwas. Meck die, eigentlich sind die Verkaufszahlen hier gesunken. Wenn man von links nach rechts geht, dann geht es hier eigentlich in einem Bereich, wo jetzt langsam auch hier schon Kaufoptionen sind. Aber was passiert hier? Die Leute haben den Preis so stark manipuliert, dass er jetzt massiv fällt. Also auch die eigenen Manipulationseinsätze sind jetzt hier gefährdet. Das ist, wenn die Leute zu gierig werden, weil sie einfach zu dumm sind. Die Manipulierende Markt so lange runter halt, bis sie ihre eigenen Einsätze auch los sind. Damit kann man einen Coin halt kaputt machen. Eigentlich müsste der Markt schon lange wieder aufsteigend sein. Und man sieht aber daran, dass manipuliert sind halt an bestimmten Eigenschaften. Die Nachfrage auf der linken Seite ist doch ein ganzes Stück höher. Die war sogar noch höher. Nur problematisch wird halt, wenn man sich hier anguckt, die Idioter ist bei einem Kurs von 2 Euro, dann sind hier immer wieder Einsätze von 11, 19, 11, 30, 11. Die werden natürlich schon gefunkt halt. Die unterbieten auch immer wieder regelmäßig halt, sobald jetzt eher eine Leiste hier oben abbildet halt, die etwas mehr anbietet halt, oder einen gescheiten Kurs eigentlich anbietet, jetzt im Moment, dann wird automatisch der Kurs nochmal unterbunden, unterbunden mit 40 IOTAs zum Beispiel. Hier steht schon mal 5.678, will einer verkaufen für einen relativ guten Kurs, für den Trickgeater will da einer drüber mit 40 IOTAs. Da wird der Preis versucht künstlich zu manipulieren, nach unten zu drücken. Die werden natürlich jetzt ab und zu mal aufgekauft, aber diese ganzen kleinen Zahlen hier auf der auch sind einfach ein Zeichen für Manipulation. Da will ja wieder Markt halt, oder beziehungsweise will irgendeine Gruppierung den Preis künstlich unten halten, um billig selber später einzukaufen. Nur, das ganze Verhältnis kann sich auch kippen. Wie ihr seht, hier die grüne Seite wird immer schwächer, weil die Leute natürlich auch die Schnauze voll haben. Jetzt sind irgendwann auch die Einsätze, die gehen natürlich mit sehr wenig Geld rein, 11, 33, 11, 14, mit solchen Summen gehen die ja rein. Die sind natürlich von denen auch gefährdet. Da sie aber mit wenig Geld im Markt sind, ist das für die nicht ganz so relevant. Die verlieren dann mal ein Hunderter oder 200 Euro. Andere verlieren natürlich noch mehr, wenn der Kurs komplett abstürzen sollte. Gewinnmitnahmen sind natürlich in dem Punkt jetzt auch nicht mehr wirklich möglich, denn der Kurs wird natürlich so weit gedrückt, dass die Leute Interesse verlieren und auch rausgehen aus dem Markt. Die verkaufen dann. Kann natürlich sein, dass diese Verkäufer jetzt hier, oder beziehungsweise die Manipulatoren, jetzt damit Marge machen können, weil sie billig in die Coins kommen. Allerdings, wenn man sich das Bild hier gesamt ansieht, dann ist der Bitcoin jetzt ziemlich weiter oben und stößt wieder an die 300er Grenze. Da gibt es natürlich auch wieder halt Verkaufsoptionen viele. Wenn jetzt aus irgendeinem Grund der Bitcoin stürzen sollte, ich habe hier relativ das Ganze zum Ethereum angezeigt, dann stürzt auch der Ethereum. Und was würde dann passieren? Die Kurse hier sind in relativ Relation zum Ethereum angegeben. Die würden natürlich noch mehr einbrechen. Das heißt, der Markt für IOTA wäre extrem gefährdet. Deswegen ist eine Regulation des Marktes, meiner Meinung nach, erforderlich, damit solche Leute Strafen befürchten müssen, wenn sie den Markt manipulieren wollen. Bei Aktien ist das so. Marktmanipulation halt kann zu Knast führen. In dem unregulierten Markt der Coins ist das leider nicht so. Wenn ihr also sowas hier seht, das sehen, welche Leute, obwohl der Preis ansteigen müsste, weil die Nachfrage höher ist. Jetzt im Moment ist es halt nicht mehr so, weil die Leute das Interesse verlieren an den Coin hier. Der wird halt jetzt gerade kaputt gemacht. Wenn aber Interesse besteht, und da sind trotzdem Leute bei, die bei einem steigenden Kurs auf der rechten Seite mit 10 Coins reingehen oder mit 4 Coins reingehen, eigentlich eine irrelevante Summe, damit hat man nichts gewonnen, da zu verkaufen wäre, ist auch total idiotisch. Dann wisst ihr halt, es geht hier um Manipulation. Diese kleinen Zahlen, die hier stehen, sind manipuliert. Genauso kann es auch sein, dass hier auf der linken Seite im grünen Bereich der Preis günstig nach oben getrieben wird. Durch kleine Zahlen, wo man einfach für einen extrem hohen Kurs kauft. Kann man aber hier wiederum nicht sagen. Da halten vielleicht ein paar Leute gegen mit ihren Coins, schaffen die aber jetzt nicht. So wie es aussieht, wird der jetzt gerade hier kaputt gemacht, der Idioter. Und da sollte man sich als meinetwegen Coin-Ersteller, als Token-Herausgeber, der verantwortlich ist für diesen Coin hier, da sollte man sich halt doch mal wie ein Gesetzgeber auseinandersetzen, halt, ob man da nicht regulieren kann. Vielleicht ist da sogar ein Verbot halt, auf bestimmten Märkten halt gar nicht mal so verkehrt. Denn hier fahren Leute Verluste ein, weil Gruppierungen halt sich die Taschen voll machen wollen. Und weil sie wenig einsetzen, kann denen ja auch nicht viel passieren. Also, das war nur ein Hinweis hier. Ihr seht hier, 7% gefallen der IOTA, relativ zum Ether, Ethereum. Sowas sollte normal nicht passieren beim aufsteigenden Markt. Wie ihr seht hier, Tron katapultiert sich gerade nach oben. Die anderen sind auch gefallen halt, dabei auch wieder nur relativ gefallen. Eigentlich ist der ADA gestiegen, also der Kadamo ist gestiegen halt, aber im Vergleich zum Aufstieg des Etheriums kann der halt nicht mithalten. Hier bei Binance ist es leider nur so gelöst. Es gibt bei Binance halt nur einige Coins, die relativ gezeigt werden halt zum US-Dollar, was die ganze Sache natürlich interessanter machen würde halt. Aber Binance ist da, naja, schon hat es schon ein Interesse daran, halt das relativ undurchsichtig zu gestalten hier. Die haben eine gute Handy-App, keine Frage, aber das soll undurchsichtig sein, das Ganze hier, damit man Leute dazu verleitet, zu verkaufen oder zu kaufen, weil sie denken, der Preis fällt, obwohl er gar nicht wirklich fällt. Damit kriegt man natürlich wieder Gebühren rein. Wie gesagt, achtet darauf, wenn solche Verhältnisse sind, dann könnt ihr damit sogar arbeiten. Jetzt in dem Moment ist zum Beispiel hier bei IOTA ein relativ guter Kurs erreicht. Ihr könntet jetzt hier bei diesem Negativstandteil sogar einsteigen. Wenn ihr ein bisschen Risiko eingehen wollt, könntet ihr jetzt theoretisch einsteigen, weil sich der Kurs sehr wahrscheinlich nach oben korrigieren wird. Die Frage ist jetzt nur, ob es nicht erst noch weiter runter geht. Vielmehr ist da nicht mehr ein Spielraum, sonst ist der Coin kaputt, denke ich mal, also für einige Zeit wenigstens kaputt. Da müsst ihr dann halt mit eurem Einsetzen extrem lange warten. Die hättet ihr verbringen können, die Zeit mit anderen Coins, wo ihr Geld macht. Aber ihr könntet jetzt hier mit dem Coin vielleicht etwas machen, wenn ihr jetzt billig einsteigt, weil der irgendwann wieder nach oben gehen müsste. Wie gesagt, nehmt ihr hier also viel in die Hand an Geld. Das kann natürlich auch schnell in die Hose gehen. Was ihr machen könnt, ist zum Beispiel halt von IOTA die Finger lassen, wenn ihr sowas seht, halt auf Tron gehen. Aber Tron hat halt das ganze Spielchen ja auch durch existiert. Das ging auch tagelang so. Das sind meistens kleine Coins, die man sich günstig kaufen kann. Da wird gern manipuliert. Beim BTC, also beim Bitcoin, ist das Manipulieren da schon etwas schwerer, weil wenn jemand da 4 Dollar setzt, halt 10 Mal halt unter dem normalen Preis, dann interessiert das den Marken eigentlich einen relativen Dreck, weil 4 Euro sind bei so einem Kurs nicht so interessant. Da müsste man halt schon mal hingehen und auch 9.000 in die Hand nehmen, wenn der auf 9.3 steht, wie jetzt gerade. Das trauen sich dann halt aber gewisse Arschlöcher dann doch nicht. Also, Vorsicht bei solchen Sachen. Wenn ihr so seht, der Preis müsste höher sein. Da gehen viele rein und unterbieten sich jedes Mal mit 4, 3 und so weiter Coins. Oder es kann auch mehr sein, wenn ihr einen Coin seht, zum Beispiel halt der extrem günstig ist. Zum Beispiel für 10.000 habt ihr ja im Prinzip nur einen US-Dollar. Also für 10.000 von diesen Coins, weil er gerade neu ist zum Beispiel. Dann kann natürlich auch sein, dass dann halt plötzlich 10.000 gesetzt werden unter dem normalen Preis, den er eigentlich haben müsste, weil der Preis damit manipuliert werden soll. Da verliert man ja trotzdem nur einen Dollar. Okay, das war es schon wieder hier. Kleiner Hinweis, Zockerei oder Abzockerei ist hier auf diesen unregulierten Märkten halt doch öfters mal der Fall. Gebt also 8, sonst verliert ihr noch Geld. Okay, das war es wieder heute. Ciao.